Okay, meine lieben Fans, der Stealschack ist dran. Erstes Auftragsspiel im Nachwuchs. Rego Hinterberger, einer der Top-Scoreer heute. Rego, wie war der erste Entwurf für den Spiel? Mein erster Eindruck war, die Offense und die Defense waren so gut eingespielt. Jeder hat seinen Job gemacht und es war einfach ein geiles Spiel. Ich bin auch aufgefallen. Deutliches Ergebnis 58 zu 0. Die Jungs waren top-motiviert, das hat man gesehen von der Tribüne. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück noch in der laufenden Lehrerschaft. Dankeschön. 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 Dankeschön.